Die Ankündigung von Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam DX ist eine große Sache für mich. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als dieses Spiel den Weg auf meinen Schreibtisch gefunden hat. Es ist ein Remake der ersten Generation von Mystery Dungeon mit brandneuen Grafiken und etwas mehr Nintendo-Politur. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, Mystery Dungeon ist ein Pokémon Spin-Off, in dem wir den einzigen Menschen der Welt spielen, der zu Beginn des Spiels in ein Pokémon verwandelt und in ein Land geschickt wird, das ausschließlich von kleinen Lebewesen bewohnt wird. Gefangen in einer fremden Welt und einem fremden Körper liegt es an uns herauszufinden, was passiert ist und wie das Ganze mit einer Reihe seltsamer Naturkatastrophen auf der ganzen Welt zusammenhängt. Die eigentliche Handlung ist nicht im geringsten kompliziert. Wir helfen anderen Pokémon, retten sie, lösen Rätsel und kämpfen gegen feindlich gesinnte Pokémon. Jedoch macht sich das Spiel kaum die Mühe, das Konzept zu erklären, wie auch die Frage, warum es überhaupt Dungeons voller Feinde gibt. Auch werden die Geschichten sehr schnell abgefrühstückt und zudem auch sehr leicht gehalten. Jedoch will ich die Story keineswegs abwerten. Denn es ist die Geschichte und Erzählung, die das ganze Spiel wirklich großartig macht. Ein Außenseiter, der hilft und kämpft, der im Inneren keiner von ihnen ist, Freundschaft und Tragödien, der emotionale Kern ist recht solide. Aber auch nur solide und nicht großartig. Es fühlt sich so an, als würde dir gewisse Würze fehlen, die die Originale damals so großartig gemacht haben. Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam DX ist ein einfaches, rundenbasiertes Kampfspiel. Alle Missionen erleben wir in den Mystery Dungeons, in prozedural erzeugten Labyrinthen, die wir erkunden können. Hier bekämpfen wir andere Pokémon, sammeln Ausrüstung und Erfahrungspunkte. Zwischen diesen Expeditionen kommen wir dann in unser beschauliches Heim, füllen unsere Vorräte auf und treffen unsere Freunde. Wie schon die Story besticht auch das Gameplay mit seiner Einfachheit. Waren noch die ursprünglichen Spiele bekanntermaßen schwierig, oft frustrierend, wo eher Glück als Können eine Rolle spielte, sieht dies bei diesem Remake völlig anders aus. Trotz alledem hat Mystery Dungeon immer noch einige echte Herausforderungen zu bewältigen, die zum Nachdecken über Strategie und Aufbau anregen. Am meisten besticht die Grafik, die für die Switch neu erstellt wurde und sich von anderen Pokémon-Spielen vollkommen abhebt. Ich war schon überrascht, wie auch beeindruckt, als Nintendo den neuen Look bei der Nintendo Direct Enthüllung präsentierte. Mittlerweile kommt die Begeisterung dazu. Eine Grafik, die das Spiel so aussehen lässt, als wäre das ganze Spiel von den Seiten eines Kinderbuchs gezogen worden. Auch untermalt dieser Stil die Einfachheit des Spiels und somit zieht Nintendo von der Story übers Gameplay bis zur Grafik einen roten Faden durch. Leider kommen wir jetzt zu einem großen Kritikpunkt, was mich echt überrascht. Die Musik war eigentlich immer sehr gut und ist es immer noch, jedoch eher nur für eine kurze Weile. Das Problem ist, dass das Spiel keine so umfangreiche Soundtrack-Library hat und es nicht lange dauert, bis ich mir eher was anderes an Musik gönne. Es ist sehr schade, dass das Maß an Liebe und Aufmerksamkeit, das die Entwickler an den Tag gelegt haben, bei der Musikliste endet. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich jedoch eine Besonderheit herausstellen, die ich anfangs nicht erwähnte. Bevor die Story beginnt, tauchen wir in einen Persönlichkeitstest ein, wo uns verschiedene Persönlichkeits- und Verhaltensfragen gestellt werden. Auf Basis dieser Antworten schlägt uns das Spiel das passende Pokémon vor, das zu unserer Persönlichkeit passt. Ich finde es klasse und ich wusste schon immer, dass ein kleiner Tragosso in mir steckt. Jetzt kommen wir aber zur Wertung und ja, auf der Pro-Seite hervorragendes Grafikdesign, Spaßige Animationen, liebenswerte Charaktere, Persönlichkeitstest, 16 spielbare Pokémon-Helden mit individuellen Fähigkeiten und emotionale Story-Momente. Auf der Kontra-Seite, simple Story, eintönige Dungeons, zäher Einstieg, simples und einfaches Kampfsystem. Das Spiel bekommt von uns einen Wert von 7,7 und unser Fazit, Pokémon Mystery Dungeons Rettungsteam DX ist definitiv ein gutes Spiel, allerdings mit ein paar Schwächen. Die Neuerfindung hat den Charme der Originale nicht so ganz übernommen. Ganz großes Kino ist jedoch die Grafik, die dem Spiel sehr gut tut und auch eine sehr gute Abwechslung ist zu den anderen bekannten Pokémon-Spielen. Zudem steht immer noch diese warme Story im Mittelpunkt, die wahrlich Herz hat, jedoch keine Schwächen verdecken kann. den Charme Đ stille. Werner hat den Wrestling-Spielen nicht so ganz übernommen. Was inne ist, den und iter dann war es düste.